ich habe gerade mal so ein bisschen durch die tierstücke boden ich glaube dass ich damit den terror typen ändern kann das ist jetzt aber nicht ausprobieren aber was ich machen will nein hatte auch vor für zwei wochen so ein paar level hoch steigen und dann will ich auch gleich alle der sicher lucky versucht bis zu werden natürlich so lachen bis zu werden und zwar von doppelten und du kannst auch gleich mal alle sechs haben perfekt okay aber ich bin immer noch auf der suche nach einem evoli aber evoli sollen sie wollen wir sollen wohl selten auftauchen und ich hoffe dass ich so ein bisschen glück habe und dass ich in evoli finde aber so wie ich meine kenne finde ich natürlich nicht das ist ein bisschen trank persenbären so etwas Wasser aus dem Weg noch mal ganz ganz kurz zurück es geht um diese besonderen Handyhüllen die man kriegen kann das nehme ich auch noch mit das nehme ich auch noch mit Barschoffzahn oh ja das machen wir doch gleich also von ich habe auch mal so überlegt vom bisherigen Pokémon Spielen mal abgesehen könnte das wirklich mal glaube ich alles werden wo ich bei über 100 Folgen komme das bisher am meisten ich glaube mit 98 folgen war Pokémon Arceus aber Pokémon schwer die Lander ist 10 auf da reicht nicht reicht nicht aus greife ich noch dreimal an aha Garnovie ist auch hier weg mit dir ich habe ich aber auch noch nicht das heißt du wirst mal ein 60. Pokémon werden also Pokéball fang da passiert ja auch bloß 1 Stern in Raids xss was ich bisher noch nicht gemacht habe ist einmal so mit dem Internet zu verbinden also es hat interaktiv Feuer du siehst ich weiß auch gleich mal ob es überhaupt männlich war oder weiblich aber jetzt will ich mir erst mal diese besonderen Handyhöhlen abholen und dazu muss ich auf den großen Hauptplatz jetzt versuche ich eine ganz bestimmte Frau ich spüre wie abenteuerlich dein vergangenen Leben gewesen sein müssen ich kann Erinnerungen an deine vergangenen Leben sehen indem ich dein Smart Rotom untersuche möchtest du es ausprobieren? aber klar doch ja ich sehe sie deine Vergangenheit diese Umgebung wo lebtest du früher? fangen wir doch mal mit Kanto an der Schleier fällt das Bild wird deutlich in einem deiner früheren Leben sehe ich dich mit deinem Partner Pokémon durch ganz Kanto reißen let's go rufst du wohl an ich werde eine Handyhöhle für deinen Smart Rotom entwerfen die von deinen Erinnerungen inspiriert ist und fertig deine Handyhöhle ist fertig bitte sehr hier bitte sehr hoffe sie dir gefällt dir Pika Wohli Handyhöhle wenn du noch mehr über dein verrührenden Leben erfahren möchtest weißt du wo du mich findest natürlich ah für den sehe ich dich in der Galah-Herausforderung mit deiner Max Pokémon Meister hola ich werde eine Handyhöhle so jetzt habe ich noch zwei wenn du noch mehr über dein frühen Leben erfahren möchtest weißt du wo du mich findest Sinnoh Felt sehe ich dich im Untergrund von Sinnohramen und das um das Publikum bei Superwettbewerbsshows begeistern da habe ich nie so oft daran teilgenommen sollte ich vielleicht mal Pokétechni Höhle eine habe ich noch Hizui Felt und das wird deutlich in einem deiner früheren Leben sehe ich dich mit einem seltsamen Handy in der Herren ein großes Abenteuer in Hizui bestreiten Moment von dieser Hizui-Region habe ich noch nie gehört wo ist das denn naja heute ist sie heute ist sie bekannt als Sinnoh-Region Arceus von Handyhöhle ich habe noch nie jemanden getroffen der in frühen Leben so viele Abenteuer erlebt hat wie du danke dass ich daran teilhaben durfte freut mich dass es dir gefällt und jetzt Balduin aber ich möchte gerne dieser Kierse von Handyhöhle haben alles klar jetzt kann ich mich auf in die nächste Stadt machen und dabei noch ein paar Pokémon fallen aber vorher möchte ich mal sehen welche alles rumrennt das heißt wenn das hier auch so der Fall ist einmal Verbindung mit dem Internet herstellen und wir sind online dann bin ich mal gespannt ob wir hier Leute treffen ja es wird unten geknäfft danke ist ja nichts so Neues aber dieses ist voll ja oh Flop-Bälle oh gut wenn du meinen Anker senst und Pokéball fangen und lädt er sich statisch auf verdoppelt sich das Volumen seiner Wolle wer es berührt erhält einen Elektroschock ja hab ich dich auch vorher schlau ich mir diesen Pokéball und diese starre Lilly ich wollte es fangen und nicht besiegen na egal dann kämpfe ich halt nochmal gegen dich so stark bist du ja gar nicht hatte mir mehr erhofft ja nö nö hoffentlich setzt hier aber einer Evoli ein damit ich mal wirklich speziell danach suchen kann wo ich Evoli hier finde aber dich könnte ich auffangen ich glaube du wär zum typ Käfer ne Ullini Pflanze normal sogar hm hab ich dich und dann suchen wir mal den und dann suchen wir mal den sehr schön damit haben wir auch dich ich finde aber leider noch kein Evoli ich finde aber leider noch kein Evoli was tut eigentlich so ein kleiner Krims wie du hier draußen und weg bist du ja ja ein bisschen muss noch trainieren dann kannst du es entwickeln ja so ist ja auch ein Team Stun denn hier mal gesehen von entern wirkt ja 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 als nächstes sein. Mal Lucky hier rausschicken. Und Steinwaffe. Was warst du denn nochmal für ein Typ? Ist das nicht so effektiv? Ah. Oh, aber immerhin... immerhin ein Päuter. Pampuni. Find's geil, dass man so ein Fan erkennt. Aqua-Knarre. Wie da Tiri einfach mal da hinten so herangeschlichen kommt und zuschauen möchte. Ja. Aber wenn er kommt, er sowieso meistens muss tags raus, denke ich mal. Ihr seid alle... Ne, so schwach. Ich kann euch nicht richtig... Schwächen. Unfall. Dick da. Dich habe ich ja beim letzten mal nicht مع mnenzeln können. Aber deswegen werden wir einfach mal wieder elf trocken lassen. Ich glaube, ich muss mal gleich im Pokédex nachgucken, wie viele ich jetzt schon habe. So, jetzt aber einmal schnell ins Pokémon-Center und teilen. Vielen Dank für deine Geduld. Ja, ja. Wenn du Mitglied deiner Gruppe bist, kannst du nur mit deinen Freunden aus der Gruppe linkkämpfen, linktäuschern und Terroristen. Ich wollte mit dir eigentlich quatschen. Die Zone 2 gegen 3 gegen 1 hast. Wenn du insgesamt 5 gewinnst, bekommst du etwas verhindern. Stimmt, warte mal, lass mich mal ins Poképortal. Guck mal, ob ich ein paar schöne Terror-Raids wende. Und dann auch nur 1 Sterne-Raids. Ja, nee, dann lassen wir es. Oh, das ist ja mal schickig. Oh, guck mal, ein paar Videos. So, egal wo es herkommt. Ein paar nette Häuschen haben sie hier. Und hier brauche ich auf jeden Fall dich. Genau, jetzt werde ich nämlich erstmal die Arena machen. Oh, die Zeit zeigt aber auch schon, dass wir so langsam mal einen kleinen Katzechsen könnten. Sogar noch sowas. Jetzt begegnen wir uns schon wieder bei einer Arena. Was für ein krasser Zufall. Äh, ich hoffe, du glaubst jetzt nicht. Ich hätte hier auf dich gewartet, nur um mit dich kämpfen zu können. Ich habe das nicht geplant, ich schwörs. Zum Beweis fordere ich dich diesmal nicht heraus. Auch wenn ich schon Lust auf einen Kampf hätte. Die Pokémon scheinen seit dem letzten Mal stärker geworden zu sein. Und hiermit wirst du perfekt für die Arena vorbereitet sein. Oh, ein paar Äther. Ich werde mir die Wartezeit mit dem Trainieren von, sagen wir, 20 Pokémon versuchen. Bis dahin. Äh, ja. Willkommen in der Arena von Mordred. 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 Mordred.